Tasten wir uns ein wenig an die Objektorientierung ran. Ich habe hier schon vorbereitet meine Konsole. Die startet jetzt die J-Shell und wir werden jetzt eine Klasse anlegen, jetzt erstmal ohne großen Code im Hintergrund, auf den ich mich beziehe, auf den Code. Den verlinke ich Ihnen unten in den Notizen zum Video. Der ist auf den Gists meiner Denkspuren zu finden. Wenn wir hier eine Klasse anlegen als Beispiel. Wir nennen diese Klasse jetzt einmal Koordinate. Das nimmt auf das Beispiel auch Bezug, was ich dann im Code habe. Und wir legen in dieser Klasse zwei Variablen an. int x und int y. Dann sehen Sie erstmal, dass die J-Shell vermeldet, sie hat diese Klasse kreiert. Also die Deklaration ist durchgegangen und jetzt existiert auch dieser Typ Koordinate. Wenn wir jetzt das Ganze, eine Variable intern jetzt in der J-Shell anlegen wollen. Wir nehmen mal diese Koordinate. Wir nehmen eine erste Koordinate. Dann müssen wir zu dieser Variable wie in gewohnter Manier einen Typ angeben. Der kommt immer davor. In dem Fall ist es natürlich kein Integer, sondern einer dieser Klasse. Coordinate. Also Koordinate. Wenn wir jetzt einfach Return drücken, sehen Sie, dass diese Variable auf nichts zeigt. Das sagt dieses Null. Sie ist auf Null initialisiert. Nämlich im Augenblick ist nicht mehr bekannt, als es diese Variable C1 unter diesem Namen gibt, von diesem Typ. Aber es gibt noch kein Objekt dazu. Also kein dafür reservierter oder angelegter Speicherbereich, der die Variablen int x und int y jetzt mit sich trägt. Machen wir das. Wir weisen jetzt also der Variable diesen Wert zu, also diesen Konstruktor zu. Wir legen jetzt also eine neue Koordinate an mit dem New-Operator und sehen jetzt folgendes. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Dieses Objekt repräsentiert sich selber mit einer Kurzdarstellung dafür. Das muss man dann später, wenn Sie das noch erfahren, alle Klassen erben grundsätzlich von Objekt, wenn sie nicht von einer anderen Klasse erben. So auch diese Koordinatenklasse. Und hier können Sie sehen, dass ein Objekt, wenn es angelegt wird, immer die eigene Klasse kennt. Koordinate, woher es kommt. Und das hier hinter ist, um es vereinfacht zu sagen, eine Art Identifier. Also wie ein Personalausweis, eine eindeutige Nummer, die sagt, wer ich bin. Jetzt habe ich unter diesem Objekt c1 die Variablen x und die Variable y zur Verfügung. Die kann ich jetzt beliebig setzen. Ich könnte also jetzt c1 gleich 7 setzen zum Beispiel und c1 Punkt y auf minus 3. Dann sind das unsere neuen Variablenwerte. Das heißt also, dieses Objekt ist jetzt angelegt, das jetzt c1 heißt. Und unter diesem Objekt sind diese zwei Variablen, die wir ganz oben noch, sehen wir das in der Klasse, dafür reserviert wurden. Wenn wir also neue Objekte davon anlegen, dann haben wir einen neuen Satz von Variablen x und y. Wenn wir ein Objekt von diesem Typ Koordinate anlegen. Machen wir das mal. Sie wissen, Klasse rauf. Damit kann ich so etwas sehr schön wiederholen, mir hervorbringen. Ich mache jetzt also eine Variable, die ich c2 nenne, ebenfalls von diesem Typ. Lege das davon an und habe jetzt diese andere Struktur, die Dateninstanz dieser Datenstruktur, nämlich c2. c2 hat auch ein x, selbstverständlich, und hat auch ein y. Das unterscheidet sich von dem Bereich, der für c1 vorgesehen ist. Sie sehen, da sind die eben abgelegten Werte 0,0 und jetzt 7 und minus 3, die wir oben gesetzt haben. So weit, so gut. Jetzt schauen wir, was ist, wenn wir, weil das ist eigentlich lästig, dass ich dann von außen jedes Mal zugreifen muss auf mein Objekt und dann x und y setzen möchte. Später werden Sie auch lernen, dass man das komplett unsichtbar schaltet, dass dieser Zugriff von außen gar nicht möglich ist. Was ist, wenn ich jetzt noch einen sogenannten Konstruktor dazu machen möchte? Also ich habe hier meinen Klassencode von eben. Die Klammer nehme ich da weg. Ich setze das mal in die nächste Zeile. Also wir haben hier unsere zwei Variablen und sagen jetzt noch, ich hätte gern einen Konstruktor. Der muss genauso heißen wie die Klasse selber. Und sagen auch hier, wir hätten gerne zwei Parameter, dass man das mit diesen zwei Argumenten aufrufen kann, x und y. Und wollen das nutzen, um sofort die internen Werte x und y zu setzen. Da wir jetzt einen Namenskonflikt haben, das x, der Parameter in dem Konstruktor, ist identisch vom Namen mit der Variable, die in dieser Klasse definiert wurde, der Objektvariable, müssen wir hier sagen, this.x ist gleich x. This.x sagt, this ist sozusagen ich das Objekt, davon die Variable x. Ich möchte gerne, dass du mir den Wert zuweist aus dem Parameter Wert x. Und genauso this.y gleich y. Dann schließen wir den Konstruktor. Dann die Klasse. Und jetzt haben wir eine neue Klasse. Sie sehen hier einiges, da kommt jetzt an Meldung zurück. Das ist eben das Besondere bei der JShell. Ich habe jetzt die Klassendeklaration geändert unter dem gleichen Namen. Jetzt sagt er, hier kann einiges möglicherweise nicht mehr passen. Bitte vorsichtig sein. Opsa. Nein. Macht nichts. Habe ich hier also nochmal eingetippert. Ich wollte nämlich jetzt eine neue Variable anlegen. Nehmen wir wieder c1. Wir machen das lieber, dass wir das alles anständig nochmal neu. Also übrigens, das ist wichtig, das passiert Ihnen als Anfänger sehr schnell. Wenn Sie solche dramatischen Änderungen am Code vornehmen, dann ist es sinnvoller, ein Reset zu machen. Dann ist alles, was vorher da war, weg. Also c1 existiert jetzt nicht mehr. Und wir müssen das neu anlegen. Jetzt machen wir unsere Koordinate c1, new, dass der Konstruktor wieder aufgerufen wird. Und zum Beispiel mit 3 und 7 den Werten. Was wird jetzt passieren? New ist der Operator, der sagt von dieser Klasse, erzeuge mir bitte ein Objekt. Das heißt eine Speicherinsel, wenn Sie so mögen, wo es diese Variablen x und y gibt. Die kann ich jetzt dann setzen kann. Und die kann ich erreichen, diese kleine Speicherinsel mit den zwei Variablen, die kann ich erreichen über die Variable c1. Wir sehen wieder die bekannte Rückgabe, dass ein Objekt erzeugt wurde von der Klasse Koordinate mit einer eigenen Kennung. Die ist jedes Mal anders. Und wir sehen nun mit c1x, dass wir den Initialwert, den wir mit dem Konstruktor übergeben haben, da ist. Genauso wie c1y. Wollten wir jetzt einen weiteren Koordinatenwert anlegen. Dann können wir das zum Beispiel hier so machen. Dann haben wir wieder einen, weil das jetzt eine neue Variable ist, die zeigt auf einen eigenen Speicherbereich. Das heißt, auch da gibt es jetzt ein c2x und ein c2y. Jetzt arbeiten wir mal mit dem Code weiter, der wie gesagt als GIST, den finden Sie auch im Video in der Beschreibung, der ist Ihnen verlinkt. Gucken wir uns einmal an. Ich habe hier die Variablen auf Final gesetzt. Das heißt, man kann die nur einmal im Leben zuweisen. Einen Wert danach nicht mehr. Ich starte mal diesen Code. OP 06. OP Beispiel. Ach, ich habe mich vertippt. Oh, oh. Beispiel. Java. So, ich muss mal gerade gucken, ich scheine im falschen Verzeichnis zu sein. Ja, haben wir gleich. Immer dran denken, die J-Shell mit diesem minus R, minus E, A aufzurufen. So, jetzt ist der Code durch. Und wir legen jetzt mal wieder eine Instanz, also ein Objekt von Koordinaten an. Wir machen das mit New, Coordinate. Und eben 3 und 4 mal als Beispiel. Und Sie sehen, im Augenblick lege ich gar keine Variable an. So, ich kreiere die Instanz, die würde in normalem Java, in Anführungszeichen, sofort wieder verworfen werden. Hier sorgt die J-Shell dafür, dass das der Variable $19 zugewiesen wird. Das eine ist, dass Sie eine neue Darstellung sehen, die wir eben nicht hatten. Das habe ich bewirkt mit den Zeilen 12 und 13. Jedes Objekt kann ich mit einer ToString-Methode versehen. Das ist nichts anderes als die Selbstrepräsentation, also die Art und Weise, wie sich ein Objekt als Zeichenkette selbst darstellt. Die kann ich überschreiben. Das hier ist eine Annotation, die hilft dem Compiler zu erkennen, dass ich hier eigentlich was überschreiben wollte. Und würde ich hier einen Tippfehler haben, würde er mich aufmerksam machen darauf, dass ich eine Methode genommen habe, die anders heißt und es sich keiner überschreiben lässt. Das ist etwas, wenn wir Vererbung haben, nehmen Sie das gerade mal so hin, dass ich das hier machen muss, dieses Override und Public. Aber das wiederum ist Ihnen relativ vertraut aus den Methoden, die wir schon geschrieben haben. Eine Methode namens ToString, die gibt einen String zurück. Und was macht sie? Sie konstruiert über Konkatenation, der Plus-Operator hier, also als Verkettungsoperator von Zeichenketten. Er liefert nichts anderes zurück als diese Klammernotation und schlägt dafür die Variablen x und y nach. Daher jetzt diese etwas schönere Darstellung, das sollten Sie häufig machen, um besser mit Code arbeiten zu können. Das hilft einem übrigens auch beim Testen. Und jetzt haben wir diese neue Koordinate, $19 und können auch hier wieder auf x und y zugreifen. Ich sagte ja eben, das ist Final. Das bedeutet, wenn ich jetzt versuchen würde, einen neuen Wert dem Integer, der Variable y in dem Fall, in diesem Objekt zuzuweisen, dann wird das nicht passieren. Bei Java meldet mir zurück, er kann diese Wertzuweisung bei einer finalen Variable überhaupt nicht vornehmen. Damit garantiere ich hier an dieser Stelle, dass ein Koordinatenwert, wenn ich ihn einmal über den Konstruktor aufgesetzt habe, nie mehr sich ändert, sondern immer gleich bleiben wird. Kommen wir zu dieser Distanz-Methode. Wir berechnen hier nach dem Satz des Pythagoras, das ist die schöne Formel, die dahinter steckt, die Distanz zwischen zwei Punkten aus, indem wir das Dreieck konstruieren und dann die Diagonale darüber vermessen. Also ein rechtwinkliges Dreieck daraus machen. Das Spannende hier an der Stelle ist, dass die Methode Distance, also Entfernung, eine Variable entgegennimmt, die heißt Other und ist vom Typ Koordinate. Also auch da bekomme ich jetzt was übergeben von diesem Typ, ein Objekt, also Other verweist auf ein Objekt, was dann auch die Werte x und y kennt. Das sehen Sie dann hier im Code, Other.x und Other.y. Die anderen Angaben, die hier x und y sind, die beziehen sich hier auf die Variablen. Das sind meine Variablen, die Objektvariablen, die nur im Kontext des angelegten Objekts funktionieren. Und rufen wir mal die Methode auf. Wir können jetzt also $19 nehmen, Distance, das geht so schön praktisch in der J-Shell und könnten hier eine neue Koordinate anlegen. Und nehmen wir die mal 3 und 7. Jetzt bekommen wir die Distanz ausgerechnet. Die ist genau 3.0, das ist ein Floatwert. In dem Fall, das können wir an der Methode sehen. Ich hoffe, das haben Sie soweit erst mal verstanden. Was ich Ihnen noch zeigen möchte, sind hier meine Testfälle, die durchlaufen. Hier erzeuge ich eine neue Koordinate, rufe dann die ToString-Methode auf. Und dann, das ist nötig bei Zeichenketten, kommen wir noch zum späteren Zeitpunkt zu. Dann schaue ich, ob auch die Selbstdarstellung des Objektes dem entspricht, wie ich den Konstruktor aufgerufen habe mit den Werten, ob dann das auch korrekt angelegt wurde. Der nächste Test ist, dass ich eine Koordinate 1.0 habe, eine Distanz zu einem anderen Punkt berechne und schaue, ob das alles stimmt. Das sind so ein paar Plausibilitätsüberprüfungen, damit ich weiß, dass meine Umsetzung der Formel korrekt ist. Schauen wir weiter im Code. Das Beispiel mit dem RGB, wie gesagt, der Code ist auf meinem GIST, ist unten verlinkt, zu haben. Der Code ist ein bisschen umfänglicher. Ich verkleinere das mal gerade, damit man das besser gerade im Umfang mal sieht. Die geht von hier, die Klasse, bis hier unten. Also ein bisschen fehlt uns hier gerade auf dem Bildschirm. Und diese Klasse hat nicht nur Objektvariablen, nämlich drei Stück, Red, Green und Blue. Sie hat dazu noch Objektmethoden. Das sehen wir daran, dass bei diesen Methoden kein einziges Mal ein Static vorsteht. Bei diesen Methoden hingegen handelt es sich um sogenannte statische Methoden oder der schönere Name, der mir besser dafür gefällt, ist, wenn man dazu sagt, eine Klassenmethode. Klassenmethoden verhalten sich genauso wie Methoden, die Sie einfach in der J-Shell deklarieren, ohne einen Klassenumbau drumherum. Die müssen dann allerdings aufgerufen werden über den Kontext RGB. Also die Klasse ist der Container, wo sich diese Methoden drin befinden und ich kann sie nur über diesen, von außen nur über diesen Weg dann auch erreichen. Weil im regulären Java, was sich nicht in der J-Shell befindet, ist es nicht legitim, dass ich Methoden anlege, die außerhalb einer Klasse liegen. Wenn ich also RGB ein Encode-Color machen möchte, dann mache ich nichts anderes als Encode-Color aufrufen mit RGB davor, damit der Kontext klar ist, wo ich die Methode hernehme. Nehmt die Variablenwerte, die drei, die ich da angeben soll, mal was als Beispiel. Hat keinen großen... Aufpassen, was habe ich hier gerade gemacht? Oktalwerte. Machen wir gerade lieber sowas hier. So, dann bekomme ich ein Integer zurück. Wie das hier funktioniert, habe ich in der Podcast-Episode erklärt. Da gehe ich jetzt gerade nicht drauf ein. Jetzt kann ich aber Ihnen auch mal zeigen. Ich kann ja jetzt auch ein Decode verwenden. Ist ein RGB-Decode. Decode, dann nehme ich mal Red. Und jetzt gebe ich den Integer ein, also die $23 dafür. Dann bekomme ich die $67 wieder raus. Genau so soll es sein. Nehme ich das Ganze zum Beispiel für Blue. Kommt die $134 raus. Ich könnte also auch sowas machen, dass ich das, um das nur noch mal als Beispiel zu haben, ich könnte also so etwas machen. RGB.decode. Nehmen wir jetzt mal Green. Denken Sie daran, das ist nichts anderes als die Verschachtung. Es wird jetzt, wenn ich das ausführen lasse, zuerst das Argument, was ich der äußeren Methode, die Code Green, übergeben habe, evaluiert werden. Dann, da ist auch wieder ein Methodenaufruf. Das heißt, es werden erst diese Zahlen evaluiert. Literale evaluieren zu ihren eigenen Zahlenwerten. Dann wird die Zahl, diese damit kodierte Farbe als RGB-Wert ausgegeben, also als ein Integer. Dann habe ich hier ein Integer stehen, also genauso, wie wir eben die $23 reingeworfen haben. Der Integer-Wert, der wird dann wieder dekodiert. Das heißt, es wird wieder der grüne Anteil nur rausgeholt und der wird mit zurückgeliefert. Also auch das geht. Das ist, wie wir gesehen haben, der mittlere Wert, die 12. Das sind einfach Hilfsmethoden, wenn man so möchte, die diese Klasse anbietet, damit ich zwischen diesen Kodierungen umrechnen kann. Und wenn wir hier einen RGB-Wert anlegen wollen, dann müssen wir das wieder, das da oben ist, ein Konstruktor, New RGB tippern. Weil wir eine Variable dafür haben wollen, sagen wir RGB, Farbe. Nehmen wir das mal Farbe 1 gerade, falls wir noch eine zweite brauchen. Machen wir hier New RGB. Jetzt müsste ich ja eigentlich eine Integer-Zahl übergeben. Das könnte ich auch im Hexcode machen, wenn ich das wollte. 12 ff zum Beispiel 3, 4. Oder ich kann jetzt diese Hilfsmethoden auch nehmen und sagen, ich hätte gern diese Anteile angegeben. Dafür haben wir ja eben RGB-Encode gehabt und könnten jetzt die einzelnen Farbwerte angeben. 12 ff, dann könnten wir hier 0x ff jedes Mal als Hexadezimalzahl, das passt hier gerade besser, geben das so zurück und da bekommen wir das dann auch so angezeigt. Warum bekommen wir das überhaupt so angezeigt? Das liegt daran, dass ich hier auch die ToString-Methode so geschrieben habe. Wieder der gleiche Vorspann, den wir einfach mal so übernehmen. Dass ich eine ToString-Methode habe, die eine Zeichenkette zurückgibt, also die Selbstdarstellung dieses Objektes beschreibt. Da gibt es eine String-Format-Methode, die gibt erst eine Formatierungszeichenkette mit Informationen, die sagt, wie etwas dargestellt worden ist. Hier haben wir dieses Encode-Color. Und das heißt nichts anderes, schreibt mir ein 0x dahin, das ist das hier am Anfang. Und dann sagt das %x, jetzt habe ich mir gerade hier was kaputt gemacht, dann sagt das %x und dazwischen ist noch ein 0,6. Das %x sagt, gib mir die Hexzahl raus und zwar in Großschreibweise, also mit Großbuchstaben. Und die 6 sagt, bitte genau 6 Stellen und wenn da nicht alle Stellen gebraucht werden, fülle die mit Nullen auf. Und daher kommt es dann, dass diese Anzeige hier gebracht wird für ein RGB-Objekt namens Farbe 1 in diesem Fall. Wenn ich die Get-Color zum Beispiel mache, den Aufruf, Farbe 1, Get-Color, dann bekomme ich hier diese Zahl zurück. Und wenn ich jetzt wieder wissen wollte, was ist da zum Beispiel der Rotanteil und so weiter, dann könnte ich das jetzt wieder mit dem Decode-Red oder sowas machen, um die entsprechenden Farbanteile rauszubekommen. Also gehen wir nochmal zurück in der Übersicht dieses Codes. Wir haben in der Klasse drei Variablen, vier statische Methoden, Klassenmethoden, ein Konstruktor, zwei Methoden, Set-Color, Get-Color und dieses Überschreiben. Dieses überschriebene ToString. Ich könnte also auch jetzt wieder das gleiche Prinzip, möchte ich eine neue Farbe haben vom Typ, das heißt ein Objekt von diesem Typ, mit dem Speicher Red, Green, Blue. Dann kann ich das hier wieder anlegen. Ich entschließe jetzt, einen ganz normalen Integer zu nehmen. Jetzt habe ich meine zweite Farbe. Hier sehen Sie auch die Hex-Darstellung, so wie ich das eben gesagt habe. Es wird Ihnen gleich dann genauso repräsentiert. Ich habe also unter Farbe 2, unter Red, etwas ganz anderes stehen als unter Farbe 1. Das sind also zwei getrennte Objekte, das heißt zwei getrennte Speicherinseln, in denen etwas stattfindet. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu den, naja, vorher noch zu den Test Cases. Da sehen Sie auch, dass ich diese ganzen Sachen sauber getestet habe. Also, wenn ich einen Encode Color mache, kommt auch das hier raus. Ich habe hier praktischerweise die Hexadezimal-Schreibweise für ein Integer-Literal verwendet. Das macht es mir natürlich einfacher, abzugleichen, ob das, was ich da hingeschrieben habe, auch zueinander passt. Dann kommen diese Decode-Methoden, die mir die entsprechenden Anteile rausholen. Das funktioniert auch wunderbar. Dann habe ich diese ToString-Methode dreimal überprüft, ob sie auch so arbeitet, wie ich mir das vorstelle. So, zu guter Letzt kommen wir zu der Klasse Pixel, die gar nicht so groß ist, aber auch interessante Eigenschaften hat. Wir sehen sie fast auf dem Bildschirm vollständig. Da unten fehlt jetzt nur noch die schließende Klammer. Die Klasse Pixel wird jetzt aus diesen anderen zwei Datentypen, die wir uns gebaut haben, den Koordinatendatentyp und den Farbendatentyp RGB, zusammengesetzt, indem wir jetzt zwei Variablen haben, Position und Color, die jeweils vom entsprechenden Typ sind. Das heißt also, jetzt ist Pixel etwas, was zwei Variablen hat, mit denen es verweist auf wieder Objektinseln, Speicherinseln, die dann die Information haben für die Position X und Y und die Color Rot, Grün und Blau an Teile dieser Farbe. Und das macht jetzt einen Bildpixel aus. Hier sehen Sie auch das bekannte Schema für den Konstruktor. Ich habe ein Pixel, übergebe hier eine Position, eine Color. Hier habe ich absichtlich mal die Namen so gemacht, dass hier ist klar, dass Position dort oben in der Variable, in der Objektvariable auftaucht und kein Namenskonflikt bringt mit der Parametervariable, darum kann ich das einfach so machen. In dem Fall, wo es Color einen Namenskonflikt gibt, muss ich unterscheiden, hier ich meine jetzt hier die Objektvariable und hier meine ich die Parametervariable. Hier passiert also nichts anderes als das Zuweisen dieser zwei Variablen mit den Initialwerten. Dann machen wir das mal. Wir haben also, möchten gerne eine Pixel, ein Pixel P anlegen. Da müssen wir wieder New schreiben. Den New Operator, der sagt, von dieser Klasse hätte ich gerne eine Instanz, also ein sogenanntes Objekt. Dem muss ich jetzt eine Koordinate geben, also New Coordinates. Die soll zum Beispiel an 2,2 an dieser Stelle im Koordinatensystem untergebracht sein, dieser Farbpunkt. Und er soll die folgende Farbe haben, nur New RGB. Und dann, völlig wurscht gerade, nehmen wir mal diesen Farbcode, ohne dass ich Ihnen sagen könnte, was genau für eine Farbe das beschreibt. Danach gibt es diesen Pixel. Auch hier liefert die ToString-Methode die Magie, dass wir nicht mehr so eine merkwürdige Darstellung wie anfangs hatten, wo wir nur sagen, welcher Klassenname ist das und dann so eine Identifier. Hier können Sie sehen, dass das zusammengesetzt ist, die Darstellung der ToString-Methode, aus der Repräsentation der Position und dann des Farbcodes. Und der wird einfach geklammert in eckige Klammern. Das ist jetzt meine Darstellung. Das macht es sehr viel angenehmer, an der Konsole mit diesem Wert zu arbeiten, weil ich jetzt ihn unterscheiden kann von möglicherweise weiteren Werten. Das war also der Konstruktor, den ich hier oben verwendet habe. Ich kann, nehmen wir einen zweiten Pixel, auch einen Konstruktor mit nur einem Argument verwenden. Das sehen Sie auch in Zeile 74. Es ist auch möglich, den Konstruktor nur mit einer Koordinate aufzurufen, ohne einen Farbwert. Was ich dann zurückbekomme, ist der an der besagten Koordinatenstelle und es wird ein Default-Wert genommen werden. Also die Farbe ist hier alles auf Null gesetzt. Das sehen Sie hieran, dass ich die Position übernehme, aber einfach dann, wenn mir das Argument fehlt, in Anführungszeichen, dann nehme ich den RGB Null. Jetzt steht hier vorne this. Das ist als erste Zeile in einem Konstruktor möglich, um zu sagen, ruf bitte den Konstruktor mit den zwei Argumenten auf. Das sagt jetzt das this. Das muss man an der Stelle wissen. Es wäre vielleicht auch plausibel zu schreiben, Pixel und dann kommt das dahin, aber in Java ist das so, dass hier this steht. Und dann sehen Sie in Zeile 77 sogar noch den Konstruktor, dass ich gar kein Argument übergebe. Machen wir also jetzt mal ein Pixel ohne alles. Die runden Klammern müssen immer sein. Dann kommt der Ursprung und dieser Farbwert Null, was wir auch hieran sehen können. Das wäre so eine Art Default-Konstruktion. Jetzt habe ich in diesem Code noch eine Distanzmethode erstellt, die sich bedient der Distanzmethode der Position. Sie delegiert also. Dass der Name identisch ist, ist, wenn Sie so wollen, reiner Zufall. Er macht hier nur Sinn, dass ich bei einem Pixel, zwei Pixeln, ebenso von Distanz rede wie bei zwei Koordinaten hier im Sinne von Position. Ist aber nicht notwendig, dass das hier so sein müsste. Also nehmen wir mal unseren Ursprungspunkt P, also unseren ersten Punkt meine ich damit, nicht unseren Ursprungspunkt P3 und wollen jetzt die Distanz berechnen zu zum Beispiel P2. Und dann kommt der Wert Null raus. Ja, die waren auch identisch. Wenn wir gerade noch mal gucken, P hatte 2,2 und P2 hatte ebenfalls die gleichen Koordinaten. Also wäre vielleicht interessanter zu fragen, wie sieht die Distanz zu dem P3 aus? Die ist dann ein bisschen spannender. Am Schluss gibt es wieder ein paar Testfälle. Ich mache genau das, dass ich einmal den Konstruktor aufrufe mit zwei Angaben, also Koordinatenwert und Farbwert und vergleiche das mit der Repräsentation. Solche Tests sind also sehr schön einfach zu formulieren. Vor allen Dingen dann, wenn wir, das werden wir noch später lernen, wenn wir so Variablen versiegeln mit Private, dass ich von außen gar nicht zugreifen kann. Dann ist das ein schöner Trick über die Repräsentation, sich solche Kerndaten zurückgeben zu lassen, dass man weiß, das Objekt ist richtig angelegt worden. Hier ist der Konstruktor mit nur einem Wert, hier mit gar keinen. Und da sehen wir, dann kommt auch eine entsprechende Fall zurück. Und hier kommt dann noch die Überprüfung meiner Distanzfunktion. In dem Fall habe ich da was wenig Schlaues gemacht, aber immerhin kommt auch da eine Null raus, was so korrekt sein soll. Ich hoffe, Sie haben zusammen mit der Episode jetzt noch einen besseren Einstieg bekommen, wie das Ganze aussieht, was ich hier so alles tippere. Viel Erfolg bei Ihrem Einstieg in die Objektorientierung.